Und was gibt es zum Thema Buchhaltung zu sagen? Die Buchhaltung im Franchise-System ist nicht anders als bei Ihrer anderen Firma auch. Da habe ich nur die Besonderheit, der Franchise-Geber, der möchte für seine Franchise-Gebühren, für diese ganzen Benefits, die er zusätzlich wahrscheinlich geben wird, möchte er wissen, was sind die Zahlen, also auf was baue ich mein Franchise-System auf, was sind die Gebühren und dafür wird er vorgeben dem Franchise-Nehmer ein Korsett, wie er seine Buchhaltung machen muss und in welcher Form er gewisse Kernzahlen jeden Monat liefern muss. Das werden sein von der Anzahl der Mitarbeiter, die Umsätze, die Höhe der Mitgliedsbeiträge, sonstigen Verkäufen. Dafür brauche ich natürlich dann jemanden, der diese Buchhaltung richtig und ordentlich führt, so dass ich mich als Franchise-Nehmer und natürlich als Franchise-Geber darauf verlassen kann. Das ist ein ganz wichtiges Thema.